so kommst du mit ich lade dich ein zu einer neuen schlacht hier gegen die untoten ja wie man sehen kann habe ich mich seit letzten fall mal ein bisschen umgezogen ich habe jetzt mal eine andere ausrüstung für oben und vor unten angezogen so keine ahnung ob das irgendwas hilft oder so wo muss ich denn jetzt noch mal hin hier war das ich wollte ja mal sehen ob ich da unten durch diese hülle durchkommen aber erst mal muss ich hier auf dem weg dorthin auch ein paar geribbe vernichten wie kannst du mich bitte schön treffen wenn ich fünf meter von dir weg bin du dödel ja genau ich hasse sowas wenn ich am anfang gleich wieder ein getränk verbrauchen muss er war doch eigentlich schon weg so komme ich nie durch die höhle durch mal was die aushalten das ist ja unglaublich und dann geben die nur 50 punkte also hier noch den großen das ist dann doch ziemlich gefährlich da die eine ecke gut dann lasse ich dir meine hierher kommen ich habe da keine so großartig zu kämpfen ist gegen die fücher und dann schaue ich mal wo ich hier er genau springt immer bei mir vorbei ich laufe einfach mal irgendwo hin keine ahnung wo hier aua ja genau ja genau und dann kommt noch einer und noch so viel habe ich da gar nicht wach gemacht ja da unten geht es doch nicht weiter auf jeden fall sehe ich da nix man wie kacke ist das denn dann sind da drei oder vier gerippe und du kannst nichts machen war die doch alle guckte das an etwas der ja genau den haut da noch ein viertes maul er was hier die gerippe und diesen so bescheuert das dann kommt ja genau wie kann ich bitte schon da vorbeihau das geht doch gar nicht mal jetzt bleibt doch einfach mal liegen du einmal so da gibt keine punkte also kommt er wieder wie kann der bitte schon wieder kommen und warum geht es hier unten nicht weiter hier ist ein weg und dann ist da nichts hier völlige dunkelheit das ist ja sowas von gemein die bauen sich alle hier zusammen hier ist auch kein baukasten der gerippt ja genau drei gerippe das ist ja wohl was war das denn hallo da drüben trinken in dem moment kommt da einer in die angerollt oder was wir haben immer noch so viel energie sag mal was ist denn da los die gehen ja gar nicht kaputt ich habe keine ahnung da hinlaufen ja natürlich ja wie kannst du bitte schon das scheiß feuer hier bewachen dödl das ist so unfair da bewacht er das feuer und du kannst da dann nicht hin in dem moment und dann kommen drei gerippe älter bewacht die und der der holte alle wieder zurück und das wie soll man sagen die reichweite die reich bis hier oben hin nach draußen und bei denen kann sie auch so wenig abziehen obwohl dann der axel schon auf stufe 4 oder was wie stark sind die denn da bitte und dann kriegst du da irgendwo 60 punkte oder was abgezogen bei denen ist das eine fiese ecke da unten zum teil wenn du da schlagen willst in dem moment irgendwie keine ahnung was kriegen die das mit wissen die das hat sich schlagen will und kommt da einer voll angesprungen ja genau wie bei wie heißt das da keine ahnung bei olympia der drei sprung oder was weiß ich hier ist das nicht gemeine ecke keine ahnung was die da machen so hier geht runter ja genau da ging das ich kam da eben nicht runter weiter auf einmal eine leider war wie kommt auch eine grund natürlich also wie unfass das denn moment nein ja genau hallo kann ich bitte mal meine sachen wiederholen du scheiß magier hier ja ich habe gerade eine rolle also ja genau das ist so unfair der trifft die von vorne und die anderen kriegen das ja mit und hauen ja auch noch mal zu eventuell die alle dauernd wiederbelebt dann musst du dir noch zuerst machen aber dann hast du da drei vier fünf zwanzig die auch mal dahinter hinter dir her wenn wir die polizei halleluja ich kann auch springen wenn es sein muss so und wenn du springst ich kann auch springen ab auch feine so die körpern fliegen also das sind bälle werden ich kann auch noch hier durch den vorbei er und da unten kommen wir dann immer wieder auf die anderen brauchst du gar nicht da los hauen ach das sind zwei jetzt na komm so wer kommen wir zuerst er kommt zuerst ja genau natürlich bin einer das mitbekommen dann schlagen beide auf einmal wieder mehrfach einer stadt nur einmal er das ist so unfair wie doch nur der andere an den lagerfeuer erst mal rein warum sie denn immer so eingesprungen kommen und dann haben ja genau wieder noch mal und du bist ein schleicher ich habe hier den kopf ablauf von damit du bist ein schleicher mit dem kleinen dings da in der hose an der kerlose mann ach jetzt ist die karte die wir schon bietet man warum denn jetzt gerade karte hat den ganzen abend von musik die jedoch wenn wir dann nicht aber da aua man spring doch mal richtig ne da oben ist der große dann hat der eine ist war nicht magi oder was so eine reichweite dass der eine typ dann hier von hinten kommt der kann ihn bis hier hinten wiederbeleben und das 100 mal und noch öfter aber was denn das hier für andere köpfe und so weiter ja genau du stehst du kacke in der ecke jetzt habe ich jetzt waren wir getrunken natürlich ja genau da trifft und den kopf noch ein geribbel und das noch ein geribbel alter kannst du mal hier alter ja genau ist das nicht scheiße ecke hier du der macht feuer und in dem moment haut der andere auch noch zu wenn ich da getroffen wurde man ist das blöd und ich kann auf die anderen drei viermal einhau und der steht immer noch der kriegt nicht mal die hälfte abgezogen aber wie weit muss ich meine achte noch leben dass ich den einigermaßen da kriege ist das hier folgt naja unfällen nicht der steht genau da wo das blöde lagerfeuer ist und du kriegst dir nicht weg weil der genau an der wand steht der peter der peter lass mich durch ich bin arzt hier also ich krieg da meine sehen kaum eingesammelt die hauen nämlich schon wieder weg kommen ja kaum die treppenrunde ja genau wie man trifft damit der eimer Prozent vor sich heute mit einer ich will mich dann noch mal beim hauen und glaubt nicht oh Gott jetzt hier links rein gib mir meine sehen zurück gib mir meine ja ja noch mal natürlich wie schwer ist das denn bitte mit demenz ich kann nicht mal trinken in dem moment haut er wieder mich mit feuer weg komm doch aus dieser scheiß ecke da mal raus so pischer mann das ist nicht wahr und du kriegst hat feuer nicht oder was doch was für ein dünel ruf ist der hebel gut äh das ding hier dann geht eine wand runter warum geht da an der wand runter hm da war doch voll von der wand alter und dann hat er nicht mal irgendwas bei sich der peter da ist der schwer nein jetzt geht ihr hier nicht weiter also muss ich wieder zurück naja kann ich nur ein bisschen der will ja ja gib mir mal ein bisschen gesundheit das äh naja kann nie schaden so ja 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 hier unten komme ich nicht weiter da ist eine wand vor runter gegangen und jetzt mal gucken jetzt kann ich euch alle kaputt machen so ja haut da noch zweimal natürlich haus weg mit dir jawoll der erste weg ja sag mal der kopf auf aber das wird ja nicht viel nutzen und nein jawoll der ist auch weg ähm komische figuren da den feind das hier runter gegangen zu sein jetzt aber vorher konnte ich da nirgends durch hallo was seid ihr denn okay die gehen nicht mal kaputt ein wasserfall das ist auch so ein magier hier ist die magierecke was können die ganzen ja genau okay man hat die auch wieder bildet werden können da kommt und da ist er hingefallen ja fall doch runter da fällt er nicht runter aber wieso hat er jetzt zweimal mitten im räumen auch noch na toll muss ich den kaputt machen ey der ist doch da hinten oh ne das ist doch doof wenn die dauernd wieder kommen ey das ist doch behämmert mensch die die gerippe hier die sind so ey das darf nicht ich bin mitten im räum gewissen du dödel alter was ist denn das für eine sau schwere ecke hier jetzt meine fresse sind die schwer und die kommen dauernd wieder und wieder und wieder ey bis du erstmal den kumpel zum magier der kaputt gemacht hast oder wie ich den nennen soll na gut ja hallo bist du hier genau bei der ja hau du mal ab ne da hat er angst ey ja zwei treffer gleich drei treffer genau ja noch mal ja noch alter was ist denn das für eine scheiße ecke bitte boah was soll ich da hin an einer am stück getroffen wird ey tak 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 ey und da haut der acht der scheiß angsthase du da sollte ich doch den kampf stellen der pizzer ey hehehe also das gibt es nicht hallo ja genau hier wieder zwei ach echter ihr seid lustig ey toll gerippe ja aber dann erstens kommen die dauernd wieder und wieder und wieder und dann noch da keine ahnung wieder 20.000 von hinten dann wirst du voll getroffen du bist weglaufen geht nicht ja mitten am laufen treffen die dich dann kannst du auch nicht mal nach ey kommst du da die kleine ecke nicht hoch ja genau ja genau ach lecken doch meine füße ey die treffen und treffen und treffen und treffen ey was wie sind die denn drauf mensch wie sind die denn drauf mensch was für ein kack ey was für ein kack ey ja hau ab hau ab hau ab hau ab hallo nein machte keine die ich dir hier drauf doch alte ey das ist doch nicht wahr ja genau treff mich doch ich weiß doch gar nicht wo ich hin soll also alles jetzt hier nicht genau voll gefährlich hier halt einfach runter keine ahnung wo ich bin wo ich da hin soll ja genau guck dir das an was hier für die rübe rumlauern der mit ein großes teil deiner hat ja genau der lässt mich vorbei und dann haut er von hinten du kannst du ja gar nicht kämpfen gegen die das bringt doch gar nichts boah ey das ist so unfair die ecke hier ey ne ohne fernwaffe bringt das nix ey du musst echte fernwaffe haben gegen die falls magier der holt alle wieder und an den einen rennt vorbei der schlägt nicht zu in dem moment wo du trinken bist schlägt er zu mit seinen riesen schwert da oder was er hat da ey alter ist die ecke hier so unfair ey ja genau ja genau ja wenn immer wenn in dem moment wo ich schlagen will schlagen die auch ja genau jetzt komme ich hier nicht durch natürlich nicht wie kacke ist das denn jetzt mensch das kann ja wohl nicht wahr sein da kommst du da nicht durch weil die blockieren dich auch noch ja genau die katerkoppen sind so kacke verstehst du kacke 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 Du kannst gegen zwei einfach nicht kämpfen, ey. Die hauen dich so weg. Und du wirst da so blockiert. Ja, genau. Genau. Ich will doch schon längst nach hinten rollen. Alter, hier sofort wieder am Anfang, ey. Das ist unfair, ey. Natürlich. Die halten so viel Feuer aus, ey. Wie kein anderes Vieh hier am Anfang, ey. Die sind so kacke. Ja, genau. Haut er wieder doppelt. Meine Fresse, ey. Ja, haut er mal gegen. Genau, und haut er wieder. Boah, sind die schwer und was du hier an Getränke verbrauchst, ey. Zehn Stück. Jetzt habe ich wieder nur noch zwei und ich bin noch nicht mal da hinten angekommen bei dem Magier, ey. Meine Fresse, sind die schwer, ey. Jetzt habe ich da nur noch fünf. Eben waren es doch einmal zehn Tränke, ey. Was soll der kackt denn jetzt? Mann, ey. Ich habe Hunger. Ich kann auch deswegen nicht so richtig spielen. Alter, aber ich nehme mal eine andere Waffe. Warte mal. Vielleicht. Die hauen an mir viel zu schnell jedes Mal. Jürgen, jetzt kann ich keine Waffe nehmen. Ja, haut sie vorbei. Das ist doch nicht wahr, Mann. Oh, weila. Lass deinen Scheiß-Kopf doch unten hin. Boah, ist das schwer, ey. Kurzschwert hier? Ne, ich will mal lang haben. Mal sehen. Ob ich da ein bisschen mehr Abstand halten kann. Und damit dein Kopf, Mann. Aber die Ausdauer ist immer so schnell weg, ey. Ja, genau. Alter. Ach, ey, wenn hier irgendwelche Pfeiler im Wege sind, ey. Zehn Punkte mit dem schwachen Angriff. Und bitte, Axt sind es 28, naja. Jetzt habe ich nur noch 5 hier Tränke anstatt 10. So, was. Ja, wöh, mach du mal wöh. So weit komme ich ja nicht mit meinen. Ja, genau. Ich muss doch umdrehen, Mann. Oh, ist das bescheuer, ey. Ähm... Handachs, ne. Ähm... Flügelsperr. Waffe kann nicht benutzt werden mit den Werten? Na gut. Langbogen. Och komm, ey, wieso kann ich den Bogen ja nicht benutzen? Ähm... Warte mal. Äh, die eine Hand, da brauche ich 14. Äh... Die Hand, was ist das nochmal? Beweglichkeit, da bin ich auf 10. Da muss ich 14 haben. Na gut. Äh, ja. Ich kann ja draus Thema versuchen. Kann ich da irgendwie anvisieren? Ne, ich kann... Ja, so geht das. Also was? Ja, genau. Jetzt halt doch mal still. Ich hab nicht so viele Pfeile im Moment. Wie klickt? Was hab ich denn da jetzt getroffen? Na super. Alter, ich treff den. Was kriegt der abgezogen? Ein Punkt. Der krieg ich einen Punkt abgezogen. Findet ihr das lustig oder was? Der kriegt nur einen Punkt abgezogen. Ha, 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 ha. Ihr seid ja lustig, ey. Na toll. Gehen die kannst du nicht kämpfen. Das bringt nichts. Weil die halt da mal wiederkommen. Das sind die Wiederkommer. Ach, das ist so schade, ey. Dass die dauernd wiederkommen, solange der Typ da ist. Ich kann nix machen. Ach, meine Fresse, ey. Da waren auch noch Stacheln da unten noch drauf auf das Ding. Nicht nur hier oben. Oh Gott, ey. Ne, hier unten kann ich nix machen. Ey, das ist viel zu schwer hier unten noch im Moment, ey. Ja, lauf doch einfach. Ach, ne, da kann ich noch nicht hin. Das ist mir noch viel zu schwer, ey. Ja, genau. Ich kann hier unten nix erreichen im Moment. Das geht nicht. Hallo, kann ich mal durch? Kann ich mal durch? Oh, ey. Und dann hast du da noch irgendwelche Köpfe, die noch irgendwie was machen da, ey. Ne. Das muss ich erst mal lassen da unten. Ja. Die sind mir zu schwer. Ei, 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 ei. Na, goodie. Dann muss ich erst mal woanders hin. Aber bloß, dass ich hier keine Dings machen kann. Weil ich nicht von einem Feuer zum anderen Feuer springen kann, ey. Kommen die mir etwa nachgelaufen? So kommt mir nachgelaufen. Die halten erstens viel zu viel aus, ey. Und zweitens dann auf der anderen Ecke kommen die dauernd wieder, solange du keinen Magier vernichtest hast. Da, oder? Und da hinzukommen ist so schwer, weil denn noch da zehn andere Feinde sind, oder was, ey? Ach, ne. Das ist viel zu schwer im Moment. Äh, ich muss den Aufzug nehmen. Alter, hier unten geht's im Moment nicht, ey. Und das ist der Anfang eigentlich. Du gehst da rein. Nein, geht nicht. Da wirst du weggehauen, ey. Sonst was, ey. Unglaublich. Ah, ja, 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 was hab ich denn? 34 Minuten. Halleluja. So, auf hier. Na gut. Dann geh mal hier oben gucken. Oh, ein, ein, ein Ritter. Da kriegt der sogar mehr abgezogen, obwohl der mehr gepanzert ist als diese Untoten. Oh, ich hab gerade, ja genau, du hast aber ziemlich spätgekommen, meine Liebe. Aha. Guck dir, dass man, es gibt 200 und es viel leichter zu besiegen als die anderen Viecher da, ey. Ei, 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 ei. Ach, der Magier da, oder? Ja, genau, tanzt du mal deinen Regentanz da, ey. Das heißt, die kriegt er dann auch immer wieder, oder was? Nee, aber... Oh Gott. Ähm. Oh. Oh, vielleicht zwei mit einem Flak getroffen. Ja, super. Aber die bringen leider nicht viel Punkte. Nur 24. Wah, gar sind da viele. Ähm. Der ist da oben, der Typ. Genau, da kommt die ganze Armee. 1, 2, 3, alter. Eieieiei. Eieieiei. Jetzt braucht doch erstmal alle hier. Wieder 2 mit 1 Flak. Oh, ich hab 666. Die Zahl des Teufels. So, weg mit dir. Genau. So, du auch noch weg? Okay, der Feind hat die ganze Armee zu haben. Äh. Und? Natürlich. Wieso müssen wir denn immer nachkommen, ey? So. Hast du davon? Äh, hier ist die Treppe. Ich glaube, du holst die... Ja, was... Was kannst du denn da? Ich... Was, dann 2 Treffer schon weg und gibt 1000 Punkte. Na, der war ja aber leicht. Wenn ich den Dicken hier so sehe, dann muss ich an die alten Umis da decken bei Bloodborne. Dann war das die, die sich immer so rumtanzen und so komisch lachen dann immer. Oh, da kommt der mit dem Umhang. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Oh, nein. Ah. Ah, ich kam eben nicht. Oh Gott. Ja, genau. Äh, ei, 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 ei. Nein. Aber der geht noch. 200. Äh, nee, da war ich nicht hoch. Warte mal. Ich... Also... Genau, ich war hier durch. Dann geht es hier hoch. Ähm... Ist das so eine Tür, die man aufmachen kann? Nö. Irgendwie nicht. Ähm... Ähm... Nee, von hier geht es ja auch nicht auf. Ähm... Wo führt mich jetzt diese Treppe hier hin? Zu einer Zelle. Und da ist jemand drin. Äh, wie soll ich dir denn helfen? Äh, wie soll ich dir denn helfen? Ja, ich habe ihn benutzt. Geheimflüsse benutzt. Ja, ich habe ihn benutzt. Oh, was soll ich das machen? Ja, ich habe ihn benutzt. Ja, ich habe ihn benutzt. 20 Jahre, ich habe ihn benutzt. okay gut so ich muss jetzt gerade mal was essen deswegen mache ich die folge jetzt hier beenden nach 41 minuten dann sage ich bis zum nächsten mal was gut und ja mal gucken wie ich dann hinkommen bis dahin was gut und ja ich bin jetzt nicht bei bei